Hallo und da bin ich schon wieder, die Sue, in meiner Position als Sports Product Manager für alle 8 Body & Soul Center. Im Bereich Modul Group Fitness werdet ihr mit mir eine ganz wichtige und neue Sequenz im Bereich Athletic Moves kennenlernen. Und ganz nach unserem Hashtag Stay Fit & Healthy.